Ja, Leute, wir kommen hier jetzt erstmal nicht durch, weil uns der kleine Türsteher hier, der so geil Moonwalk-mäßig über den Boden sliden kann, uns nicht da durchlässt. Ah, zwei Rubine fehlen uns noch für den Schild! Ja, okay, wir müssen noch zwei... Ich bin Navi, ich muss mich versprechen. Aber wenn du ihm zu nah kommst, schnapp der zu! Komm, spuck schon deine geilen Nüsschen in meine Richtung. Bam! Der Wächsleck, natürlich ist wieder ein Herz da drin. Hehehehe, ein Herz! Wenn du richtig eine Reihenfolge besiegst. Merke dir. Zwei, drei, eins. Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Bin ich jetzt ein Verräter? Ja, du bist ein Scheiß-Verräter, Junge. Na komm. Alter! Ich bin nix, wenn du meinst, wenn du meinst. So. Zack! Jau, ich falle! So, nochmal ein letzter Blick. Mach's wieder, mach's gut! Liebes Kokiri-Dorf, ich wach an. Ja, auch was die Bäume angeht. Also, ich glaube, da kann Modern Warfare echt nicht mithalten. Haha! So. Hier haben wir ein paar Pferde. Man hört auch eine Kuh-Moon, aber die gibt's hier auch. Doch, da sitze. Alles klar. Versuchst du hier doch alle Stadt oder die Ranch, steht die Stein-Pfff, besteht eben die Zeit ... Nein! Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Viel Glück. Ich verspreche mich manchmal, ich bin im Pau. Willkommen. Kaufst du eine geile Schild? 0,80 Robiner. Unsere Zeit ist auch schon wieder um. Ja, 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 ja. Und ich sage dir, die jungen Leute sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Ja, so ist das heute. So wie ihr, ja? Sitzt hier gammelig, ja? Und guckt euch meine Videos an, also echt mal. Aber so gehört es nicht, dass er schließt nicht mehr. Ich dachte, das war es jetzt. Boah, da hinten ist... Oh. Miau, miau. Miau, miau. Wenn er sich nicht so mega-mongol-mäßig langsam bewegen würde, wie ein Vollkröppel. Äh. Ich gucke ein bisschen behindert aus der Wäsche. Äh. Ja, komm, Mongo, bewege dich. Ja, noch einen Schritt. Ja. Ja, aber ist doch cool, dass du linken Kampfgeschäume. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. wenn du ihnen sagst dass ich dich geschickt habe machen dir sicherlich machen sie dir sicherlich ein sonderpreis verdammte scheiße denkst du aber seine ausrüstung würde genügt zudem leidet mein volk hunger doch wie dem auch sei diese sache der gerund wir sind stolz um die hilfe fremder in anspruch zu nehmen wir sind zu stolz ja das wollte ich sagen genau link schnauze diese sache der gerund problem ist hier sind wir jetzt erstmal aufgeschmissen heißt wir können irgendwas spielen deswegen spiel okay das war schon mal falsch wir können was spielen alter bin ich mit dem völlig banane hier verdammt ich bin voll hohe gerade ja ich kann keine flöte spielen so lasst mich jetzt hilf mir gefälligste okay dann fängt dann zu dancen oh wow das groovt yeah 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 heißer beat groovy let's dance yeah yeah wow die Folge ist vorbei und deshalb wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe ihr hattet Spaß und bis zur nächsten Folge bye bye bei auch bei b b bei